Hallo und Herzlich Willkommen zurück bei No Man's Sky. Ich habe jetzt ein bisschen Platz in meinem Inventar gemacht. Also ich habe jetzt wieder Platz und ich habe mir noch ein paar Treibstoffe hergestellt. Also sind dabei sie mir herzustellen. Mir fehlen noch Sauerstoff. Aber das Schöne ist, mit der gefährlichen Flora kriegst du immer das Eignis zu machen. So, jetzt müsste ich mir eigentlich schon wieder eine herstellen können, oder? Es gibt halt nicht viel Sauerstoff. Aber besser ist nix. Also ich mag die gefährliche Flora. So, jetzt müsste ich es eigentlich hinkriegen. Sehr gut. Jetzt könnte ich mir also theoretisch vier Warpzellen herstellen. Cool. Ja, jetzt reicht das chromatische Metall wieder nicht aus. Das ist aber okay. Ich habe auf jeden Fall vier Warpzellen, die ich nicht gleich alle reinschmeißen werde. So, oh, da oben ist auch noch Sauerstoff. Dann schauen wir mal, ist da irgendwo was in der Nähe. Salz. Unterirdisches Relikt. Und. Und wir? Wirbelwürfel, okay. Die liegen da hinten noch so Tünger. Das sind auch so Wirbelwürfel. Die sind immerhin was wert. Salzansammlung. Multi-Werkzeug einmal aufladen. Technologie aufgeladen. Technologie aufgeladen. Schädigter Computer, bitte. Ich bin schon wieder voll. Mann. So, einmal aufladen bitte mit dem da. Einmal nimm rein das Kobalt. So, dann ist der mal beschäftigt. Eine Salzansammlung. Hier auch kein Salz. Ich glaube, dieser Planet will mich... Der Planet will mich einfach nur ärgern. Wahrscheinlicher ist natürlich, dass da vorher schon ein anderer Spieler war, der unter Umständen das einfach schon mitgenommen hat. Unberechenbar. Okay. Das ist aber das, wo wir schon waren, oder? Ja, das ist das, wo wir schon waren. So, wo habe ich den jetzt hingestellt? Da hinten. Danke für dieses Sternchen. Oh. Wir sind im Anzug. Ich habe hier immer noch Platz. Also aufnehmen wir in den Anzug. Danke. Da hinein. Start. Wir sind im Anzug. 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 Und ich habe das hier aufgenommen. Wir sind im Anzug. Richtung Raumschiff. Wir haben eh keinen Platz mehr. 500 Uhr, da sind wir ja gleich gut. Wir haben auf jeden Fall genug, um unser Schiff richtig auftanken zu können. . . Hm. . . . Hm. Ich will schimmeln. Alle hier können wir aufnehmen. Alles okay. Das weiß ich. Ich kann da hochgehen, cool. Ich brauche hier gar nicht so großartig rumprobieren. Dann kann ich ja hier ganz gemütlich. Gut, kenne ich euch schon. Besucht. Besucht. Okay, dann ab in mein... Nein, noch nicht ab in mein Raumschiff. Haha. Erstmal verkaufen. So, was haben wir denn da jetzt schönes? Das Salz kannst du haben. Die bockenen Daten gebe ich dir garantiert nicht. Aber... Ponyock. Die Wehrübelwürfel. Obwohl 34.000... Nein. Raumschiff. Oh. Dieses da hätte ich noch gehabt. Ja, egal. So, alles aufgetankt und wir heben ab. Gehe für ein Weltraum über das Schnellmenü auf die Galaxiekarte zu. Also, bewege dich an bestimmten Wegen entlang oder zieh dich um und lege deine eigene Route fest. Mhm. Was haben wir denn da vor uns? Also, ich soll schon wieder warpen. Mhm. Ich soll warpen. Wie wär's denn... Wie wär's denn da hier? Ich bin gerade mitten durch einen Stern geflogen. Mhm. Warum auch nicht? So. Achso, nee. Während er da... ...macht, kann ich eh nichts tun. Und das mit der Basis müssen wir mal ausprobieren, wenn die in ihrer Basis sind. Dann müsste ich mal auf Besuch gehen. In dem System regnet's? Nein. Okay, es sah nur so aus. So. Aha. Halberantriebfehler. Ob Treibstoff auch gebraucht. Und wenn auch Treibstoff-Böller. 16, 16, 16. Ja, immer diese 16. Die zieht sich doch das ganze... Das ganze Spiel. Gehen wir mal den Planeten um. Ah, da gibt's Posten. Toll. Ähm... Er möchte, dass ich wohin fliege. Daher. Mhm. Mhm. Habe ich schon mal gesagt, dass ich das Kämpfen nicht mag in dem Spiel? Ja, kann ich nicht. Weil wegen... Hast du mit dem Planeten jetzt geskinnt oder nicht? Kann ich jetzt wieder? Ja, ich habe ihn abgehängt. Ich habe ihn abgehängt. Gut. Ich mag keine Piraten. Ein heißer Planet. Hohe Wächteraktivitäten. Na super. Wir werden es sehen. Mhm. 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 Ja. Das hier soll eine Schreibstoffquelle sein Ist das Ich bin letzteres Das Auge hat ist gesehen Ich finde uns Reisender Ah ja, danke auf jeden Fall Für die Warpzeller Interessant Ich habe zugelernt Und ich habe Tod gelernt, na danke Das ist ein Wort, das hätte ich nicht gebraucht Ich habe ich gelernt Das schadet auch nie Gut, es waren nur drei Schade Wieder alles scannen, was geht momentan Wenn man das alles gerne Spinnen würde Nein, keine Gäste Hilfsmittel Was? Einspringendes Würmchen Das ist wieder gefährliche Fauna Potenziell explosiv Okay Okay Ich glaube, ein Wächter sollte ja nicht stören Wenn ich scanne, oder? Ich meine, ich bin ja ganz nett Ich scanne ja nur Die Wächter Die Wächter passen quasi auf die Planeten Ob das sie nicht so früh geschändet werden Und greifen dich an Wenn du Quasi die Landschaft veränderst Während sie zuschauen Aber ich bin ja im Moment nur am Sight Seen Also Insofern kann mir, glaube ich, der Wächter egal sein Die Wächter Hoh? Unterirdisches Relikt. Da werden wir es uns einfach machen. Wir gehen dann nämlich einfach rein. Das ist wieder ein Riesenhüllchen. Wo ist mein Signal jetzt? Und dann kann man nicht da ganz gemütlich rein. Ohne dass mich da ein Wächter stört. Oh. Oh. Oh, ich springe durch Pflanze. Wo ist mein Raum, Schüff? Er hat mich einfach nur nach oben geportet. Habe ich ihm zu wenig Platz gelassen? Oh, das ist ja schon. Oh, man. Ich frange runter. Ich frange weiter. Oh, ich frange weiter. Oh, ich frange weg. Oh, ich frange wieder. Hä, ich range. Oh, ich frange nicht. Daher wollte ich. Da sind wieder diese Würfel. Ich muss die echt einmal verkaufen. Da sind noch mehr von diesen Würfeln. Was ist eigentlich das da oben? Na ja, wir gehen jetzt wieder in Richtung Raumschiff, theoretisch. Da sind noch einmal welche. Drei. Mist. Nein, das decken immer nur fünf. Oh, Raumschiff. Da hätte ich drei frei. Okay. Platinatrium. Mist, jetzt habe ich die Medaillen aufgeladen, oder? Na egal. Okay, ich habe zwei, vier, sechs, sieben frei. Also, was gehen wir denn rüber? Den normalen Kohlenstoff. Dann das Natrium. Dann das ionisierte Kobalt. Dann würde ich sagen, schauen wir, ob es reicht. So, kommt's hier, ihr Würfelchen. Wirbelwürfel. So, und dann soll ich starten. Dann hätte ich was Danke gesagt. Das sind ja noch mehr Wirbelwürfel. Okay. Rein da. So, ich muss jetzt erst einmal schauen. Impulsantrieb muss ich mal oben dann sammeln. Technologie, aufgeladen. So, Anzug. Technologie, einmal bitte das. Multiwerkzeug, einmal bitte Kohlenstoff, einmal bitte. Gut. So. Ägyptisch in den Weltraum. Okay, mein Anzug ist eh voll. Eingehende Nachricht. Du bist nicht allein. Bitte identifiziere dich. Ich bin. Identifizieren. Du hast mich verlassen. Warum hast du? Ähm. Ich lücke mich nicht an. Selbst die anderen haben nicht. Koordinaten erhalten. Gut, bevor wir da hinfliegen, brauchen wir noch ein bisschen Treibstoff. Oder sagen wir so, er würde nicht schaden. Nur für den Fall, dass wir wieder Piratenschiffen begegnen haben. Es ist egal, was ich brauche. Das ist eh Tritium. Goldklinken. Okay. Okay. Technologie aufgeladen. Okay. Ich habe keinen Platz. Mann. Ich habe keinen Platz. So, analysieren. Einmal bitte ganz aufladen. Gut. Alles, was wir jetzt noch finden, ist Bonus. So, analysieren. Um, analysieren. Okay. Okay. Da ist eine Raumstation. Okay. Sind aber nicht, weil die nachden, wie ich jetzt hin soll. Okay, jetzt habe ich ein bisschen was. Dann reisen wir dorthin und dort machen wir dann Schluss für heute. Und dann komm wieder, du hin, was mitziehen. Okay, na, na gut. So. Und. Das immer. Uh-huh. Dann landen wir mal. Na gut. Dann haben wir hier gespeichert. Und beim nächsten Mal machen wir hier weiter. Ja. Ich weiß schon wieder, warum ich mein Raumschiff nicht aufladen wollte. Egal. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.